Mama, das ist für dich. Und der Gewinner des Deutschen Fernsehpreises für die Kategorie Beste Information IIST Markus Lanz. Der ZDF-Moderator machte während seiner Dankesrede aber keine große Eigenwerbung, sondern rückt seine Redaktion in den Vordergrund, die eine der besten Deutschlands sei. Und dann dankt er noch einer ganz besonderen 87-jährigen Frau, die in den Südtiroler Bergen sitzt, wie Sie im Video sehen. HBO – Alle Infos zum Fernsehpreis, Abräumer und Backstagegeschichten des Abends gibt es hier für Sie nochmal zum Nachlesen. Sie haben den Deutschen Fernsehpreis 2021 verpasst? Auf TVNOW können Sie sich das ganze Spektakel nachträglich ansehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017